1974 gründet Harry Bertrand im schwäbischen Möglingen ein Ingenieurbüro. Die Zentrale und eine der größten Niederlassungen befinden sich mittlerweile in Eningen, in direkter Nähe zu den Hauptkunden der Region, Daimler und Porsche. Technologisch führend hinsichtlich der Kombination von Sicherheit, Sportlichkeit und Stil. Die neue Mercedes-Benz B-Klasse überzeugt in jeder Hinsicht. Der beste Sicherheitsstandard in der Kompaktklasse, hoher Fahrkomfort, niedrige Verbrauchswerte und hochwertiges Interieur. Das Bertrand Technikum begleitete die Entwicklung auf breiter Linie. Unverkennbar ein 911, inklusive markanter Änderungen unter dem Blechkleid, die Tradition auf Innovation treffen lassen. Bertrand war an der Entwicklung des neuen Porsche-Modells beteiligt und brachte seine Entwicklungskompetenz ein. Basis für die umfangreichen Aufgabenpakete bildete die langjährige Zusammenarbeit mit Porsche. Auch bei den Vorgängermodellen des neuen 911. und damit ein Bundeskonservsstudios. Untertitelung des ZDF, 2020